Das Rhenin-Angiotensin-Aldosteron-System. In den medizinischen Prüfungen à la Couleur immer wieder gern gewähltes Thema, von vielen Studenten und Schülern nicht so sehr geliebt. Aber wir werden gleich gemeinsam sehen, dass man es sehr schön lernen kann und dass es eine wundervolle Möglichkeit ist, damit Pluspunkte in jeder Prüfung zu sammeln. Also willkommen beim Rhenin-Angiotensin-Aldosteron-System. Wir haben es hier mit einem Enzym-Hormon-System zu tun, das den Blutdruck über verschiedene Mechanismen und sehr differenziert zu regulieren vermag. Aber es kann noch mehr. Die physiologische Funktion dieses Systems liegt also zum einen in der Erhöhung bzw. Normalisierung eines erniedrigten Blutdrucks. Aber, und das ist wichtig, ebenso erhöht es ein erniedrigtes Extrazellularvolumen. Damit sind die Flüssigkeitsräume gemeint, die sich außerhalb der Körperzellen befinden. Hier also vor allem die interzelluläre Flüssigkeit, also die Gewebeflüssigkeit zwischen den Körperzellen und das Blutplasma natürlich. Mit der Regulation dieses Extrazellularvolumens geht aber auch zwingend die Regulation des Natriumhaushaltes einher, da ja die Körperflüssigkeiten typischerweise über das Natrium verschoben werden. Natrium zieht rüber, dem Natrium folgt das Chlorid und dem Natriumchlorid, dem Salz, folgt das Wasser. Demnach wird die Freisetzung des Renins, Renin als Schlüsselsubstanz unseres Systems durch einen Blutdruckabfall bzw. durch eine Abnahme des Extrazellularvolumens stimuliert. In diesem Clip nun wollen wir uns auf die blutdruckregulierende Funktion dieses Systems konzentrieren. Das Thema Wasser- und Elektrolythaushalt wird an anderer Stelle nochmal genauer besprochen. Wohl berücksichtigend natürlich, dass diese beiden Funktionen aufs engste zusammenhängen und eben auch deshalb nicht ganz getrennt werden können. Erfolgt doch die Blutdruckregulation nicht zuletzt auch über die Volumenzunahme. Aber gut, wie gesagt, es ist der Fokus. Das andere werden wir en passant ein wenig mitnehmen. Gebildet wird das Renin als Startsubstanz unserer Kaskade in der Niere. Genauer, in den zu den Glomeruli führenden Arteriolen. In den zu den Glomeruli führenden Arteriolen. An dieser Stelle ein kurzer Exkurs zur Orientierung, damit auch wirklich alle bei mir sind. Die der Harnbereitung dienende, strukturelle, aber auch funktionelle Baueinheit der Niere ist das Nephron. Jede Niere besitzt über eine Million dieser Nephrone oder Nephren, wie sie auch genannt werden. Ein Nephron setzt sich aus dem Nierenkörperchen und in der zugehörigen Nierenkanälchen zusammen. Hauptbestandteil des Nierenkörperchens ist wiederum der Glomerulus, der Gefäßknäuel, der auch unsere Filtrationsanlage darstellt. Hier wird also ständig ein konstanter Anteil des Blutplasmas als Ultrafiltrat oder Primärhahn abgeschieden und in die Glomerulus- bzw. Baumannsche Kapsel abgegeben. Von dort geht es dann in das Tubulussystem, wo dann vom Primärhahn der Großteil wieder rückresorbiert wird. Okay, jetzt wissen alle, wo wir sind und alle sind gut orientiert. Ein jeder Glomerulus, also ein jeder Gefäßknäuel wird von einem sogenannten Vars Aferens mit Blut gespeist. In der mittleren Schicht, in der Tunica Media dieses Vars Aferens liegen nun spezialisierte Zellen, die von glatten Muskelzellen abstammen und hier als Granulazellen bezeichnet werden. Synonym wird auch der Begriff Epitheloidzellen oder auch Juxtaglomirlozyten verwendet. Mit den in relativer Nähe liegenden Makuladensa Zellen sowie den extraglomerulären Mesangiumzellen werden diese Granulazellen zum Juxtaglomerulieren Apparat zusammengefasst. Ein funktioneller Verbund, der in seiner Gesamtheit die Regulation vom Blutdruck-, Wasser- und Elektrolythaushalt zur Aufgabe hat. Wie gesagt, hier soll der Fokus auf die Blutdruckregulation gesetzt werden. Von daher blicken wir hier jetzt nochmal auf die Granulazellen. Diese Granulazellen in der Wand des Vars Aferens verfügen über Druck- oder Barorezeptoren und sind so in der Lage, den herrschenden Blutdruck vor Ort zu erfassen. Ganz wichtig! Die Wandzellen selbst können den Druck, wie er hier sozusagen sich darbietet, erfassen. Zusätzlich werden sie von Fasern des Sympathikus innerviert. Dafür sind sie nämlich mit Beta-Rezeptoren ausgestattet, an denen dann der Botenstoff des Sympathikus des Noadrenalin andocken kann. Wird nun also im Bereich der Granulazellen festgestellt, dass der Druck abgefallen ist. Man sagt, sobald der Blutdruck in der Nierenarterie um mehr als 10 bis 15 Millimeter Quecksilbersäule absinkt, wird bei den Granulazellen das Startsignal freigegeben und Renin rasch freigesetzt. Der Vollständigkeit halber sollen noch zwei weitere Mechanismen benannt werden, die neben dem Blutdruckabfall ebenso zu einer Renin-Freisetzung führen. Zum einen eine vom Kreislaufzentrum des Gehirns initiierte Sympathikusaktivierung als Folge eines Blutdruckabfalls, beziehungsweise einer Abnahme des Extrazellularvolumens, die ja vom Gehirn ebenfalls erfasst werden kann und mit dieser Sympathikusaktivierung beantwortet wird. Die Sympathikusfasern erregen dann die Granulazellen direkt. Und ferner gibt es noch einen Mechanismus, der über das Salz geht, über das Natrium, nämlich eine Erniedrigung des Natrium-Spiegels im distalen Tubulus des Kanälchensystems der Niere. Dort wird dann über die Makuladensa-Zellen ebenfalls eine Aktivierung an die Granulazellen übermittelt. Das aber nur in Klammern. Wir wollen nun an dieser Stelle uns vor allem auf die blutdruckstimulierte Aktion konzentrieren. Das heißt, die Granulazellen haben nun gemessen, hier ist ein Blutdruckabfall zu registrieren und das beantworten sie mit einer Renin-Freisetzung. Das freigesetzte Renin ist ein Enzym, ganz wichtig, kein Hormon, ein Enzym, das sich nun auf den Weg macht, um die einzige Substanz zu finden, die es zu spalten vermag. Das Angiotensinogen. Ein Glück, Protein, das vor allem in der Leber, aber auch in Fettzellen gebildet wird. Renin spaltet im Blutplasma nun von dem Angiotensinogen ein Riesenstück ab. Und dieses abgespaltene Stück, das ist nun das Angiotensin 1. Dieses stellt noch ein wirkungsloses Prohormon, also es heißt eine Hormonvorstufe dar. Um ein vollwertiges Hormon zu werden, muss sich das Angiotensin 1 noch einem Eingriff unterziehen. Es wird von dem Angiotensin 1-Konversionsenzym, dem ACE, das von den Endothelzellen, vor allem von Lunge und Niere, bereitgestellt wird, um zwei Aminosäuren verkürzt und so in das Angiotensin 2 umgewandelt. Dieses steuert, da es nun endlich ein wirkmächtiges Hormon geworden ist, zahlreiche Reaktionen, die letztlich in einen Bluttruganstieg münden. Und zwar an den Gefäßen sorgt es für eine Kontraktion der glatten Muskulatur. Diese erhöht den Gefäßwiderstand und so auch den Blutdruck. Angiotensin 2 ist somit ein stark wirkender Vasokonstriktor, einer der stärksten übrigens, die wir im Organismus besitzen. Im Gehirn, vor allem dem Hypothalamus, löst das Angiotensin 2 einen Salzappetit und ein Durstgefühl aus. Das heißt also, es fördert die Wasser- und Natriumaufnahme, was da wieder mehr Volumen bedeutet. Ferner stimuliert es die ADH-Freisetzung aus dem Hypophysen-Hinterlappen. ADH oder das antidiuretische Hormon, auch Vasopressin genannt, das wiederum bewirkt eine höhere Wasserrückresorption in den distalen Tubuli der Niere. Das heißt, es wird weniger Wasser ausgeschieden und wiederum verbleibt mehr Volumen im Körper. Darüber hinaus ist ADH, sein Zweitname Vasopressin, verrät uns das schon, ebenfalls ein Vasokonstriktor, ein Gefäßverenger, was wiederum den Blutdruck nach oben zieht. An der Nebennierenrinde, genau genommen an der Zona Glomerulosa, der Nebennierenrinde, stimuliert Angiotensin 2 schließlich die Freisetzung des Aldosterons. Dieses vollendet die hier beschriebene Kaskade, indem es an den Verbindungs- und Sammelrohren der Niere die Natriumresorption verstärkt. Da hat im Natrium das Wasser erfolgt, wird entsprechend auch die Wasserresorption verstärkt und somit wieder weniger Wasser ausgeschieden. Doch nicht genug damit. Das Aldosteron ist darüber hinaus in der Lage, die Natriumresorption im Dünndarm zu steigern und seine Ausscheidung über Schweiß und Speichel ebenfalls zu reduzieren. Alle beschriebenen Maßnahmen unterstützen das eine große Ziel, den Blutdruck und in Klammern ebenso das Extrazellulärvolumen zu erhöhen. Bevor es weitergeht, eine kurze Rekapitulation zur Festigung des Erlernten. Am Vas-Aferenz wird von den Granulazellen ein Blutdruckabfall registriert. Sie setzen das Renin frei. Das Renin schnappt sich im Blut das Angiotensinogen, das aus der Leber oder den Fettzellen kommt. Von diesem spaltet das Renin das Angiotensin 1 ab. Dieses ist nur ein Prohormon und muss vom ACE, vom Angiotensinkonversionsenzym, nochmal zum Angiotensin 2 umgewandelt werden. Das ACE stammt von den Endothelzellen, vor allem von Lunge und Niere. Das Angiotensin 2 ist ein Gefäßkonstriktor, ein Gefäßverenger. Widerstandserhöhung, Druckerhöhung. Am Gehirn sorgt es für ein Durstempfinden und einen Salzhunger. Es kommt Volumen und Salz in den Körper. Es bewirkt eine ADH-Freisetzung. ADH sorgt für eine stärkere Natrium- und Wasserrückresorption an den distalen Tubuli und es bewirkt an der Nebennierenrinde die Freisetzung des Aldosteron. Dieses wiederum sorgt an den Verbindungs- und Sammelrohren ebenfalls für eine verstärkte Natrium- und Wasserrückresorption, das heißt mehr Volumen und damit bewirken all diese Mechanismen einen Anstieg von Blutdruck und Extrazellularvolumen. Entsprechend führt ein erhöhter Blutdruck, wenn er dann erreicht wurde, zu einer Hemmung der Renin-Freisetzung. Klar, das Spiel kann ja nicht endlos gespielt werden. Dieses Hemmen der Renin-Freisetzung erfolgt zum Teil sogar direkt über das Angiotensin II, da es an den Angiotensin-Rezeptoren der Renin-bildenden Granulazellen direkt andocken kann und diese so zu hemmen vermag. Wenn aber jetzt dieses System so bedeutsam und so effektvoll ist, naja, im Körper haben wir in der Regel Gegenmechanismen. Man sagt physiologische Gegenspieler oder Antagonisten. Ist das hier auch der Fall? Sie ahnen es schon. Der physiologische Gegenspieler des Renins in unserem Körper ist das ANP. Das ANP, das Atriale Natriuretische Peptid. Das in hormonbildenden Herzmuskelzellen vor allem des rechten, aber auch des linken Vorhofs bei Volumenbelastung freigesetzt wird. Also das Gegenteil. Nicht Druckabfall, sondern ein zu viel an Volumen und Druck. Das ist hier der Reiz, in dem nämlich die Vorhöfe weit aufgedehnt werden und somit diese ANP-bildenden Zellen wachgerufen, wachgeküsst werden und die nun dieses Hormon freigeben und freisetzen. Wie es sich für einen guten Gegenspieler gehört, bewirkt das ANP eine Gefäßweitstellung und eine verstärkte Natrium- und Wasserausscheidung an der Niere. Der Volumenbelastung wird so entgegengewirkt. Es kann aber auch, auch das wichtig für die Prüfungen, medikamentös in das beschriebene System eingegriffen werden. Ich beschreibe die Medikamente chronologisch, das heißt in der Abfolge, wie sie entwickelt wurden. Zunächst gab es die ACE-Hemmer. Sie blockieren das Angiotensin-Konversionsenzym, wodurch das Angiotensin II nicht oder nur vermindert gebildet werden kann. Als nächste Medikamentengruppe kamen die Angiotensin II Rezeptorblocker auf den Markt. Diese verhindern, dass das Angiotensin II an seinen Rezeptoren andocken kann und so seine Wirkung entfalten kann. Ein sehr effektvoller Eingriff in das System. Als letzte Gruppe die Renin-Hemmer. Sie blockieren eine zentrale Bindungsstelle des Enzyms Renin. Die Umwandlung von Angiotensinogen zu Angiotensin findet so nicht statt. Und die Kaskade kann nicht ablaufen. Alle genannten Wirkstoffe werden zum Beispiel bei einem Bluthochdruckleiden eingesetzt. Zum Abschluss wollen wir noch einen Blick auf die pathophysiologische Bedeutung dieser Kaskade werfen. Der beschriebene Regelmechanismus kann nämlich getäuscht werden. Kommt es zum Beispiel zu einer Verengung der Nierenarterie, einer Nierenarterienstenose, so wird der renale Blutfluss natürlich gedrosselt. Die Granulazellen registrieren den Blutdruckabfall, nicht ahnend, dass der Druckabfall nur lokal, nämlich direkt vor ihrer Haustür, nicht aber im ganzen System besteht. So geben sie brav und in bester Absicht ihre Nieren frei. Der Druck an der Niere wird so zwar erfolgreich erhöht, jedoch um den Preis, dass nun im Gesamtsystem ein Bluthochdruck herrscht. Wir sprechen dann von einer renalen, weil durch die Niere verursachten, Hypertonus. Nicht zu unterschätzen übrigens ist auch der Einfluss einer massiven Stressbelastung auf unser Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Wie ich beschrieben habe, wird die Renin-Bildung auch durch eine Sympathikus-Aktivität stimuliert. An den Beta-Rezeptoren der Granulazellen dockt aber nicht nur das Noradrenalin, der Sympathikus, an, sondern die Beta-Rezeptoren sind auch, wenn man so möchte, verfügbar für alle Botenstoffe, die frei im Blut umherschwimmen. Auch dort findet sich Noradrenalin, aber auch Adrenalin, das vom Nebennierenmark bei massiver Stressbelastung freigesetzt wird. Auch sie erreichen die Beta-Rezeptoren der Granulazellen und unterstützen so die Ausprägung eines Bluthochdrucks infolge von Stress und Überbelastung. Wir sehen, das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System ist nicht nur für die medizinischen Prüfungen, sondern auch für das Leben und die Praxis von herausragender Bedeutung. Aber nach diesem Video sollte es Ihnen keinen Stress mehr bereiten, diese Enzym-Hormon-Kaskade elegant darzubieten. Weitere spannende Themen unter der Rubrik Medizin verstehen, hier. Und abonnieren können Sie uns auch. Und zwar einfach hier drauf gehen. Und unten im Text die Links zu unseren Online-Vorlesungen für verschiedene medizinische Fachgruppen. Vielleicht auf ein Wiedersehen.